Ist nicht ganz so voll. Ah, captured the flag. Mal sehen, drei Leute drin. Sieht auch ganz angenehm aus, obwohl die wahrscheinlich echt hart sind. So, wir sind jetzt hier in Petra. Account kaufen. Meint er jetzt, ich soll den kaufen? Oder er will seinen Account verkaufen? Jetzt haben wir die erste Fatalität im Red Team. Ah, okay. Ist so einer. Ich antworte dem jetzt einfach mal nicht. Mal sehen, ob er die ganze Zeit auch noch weiterfragt. Er hat eine bestimmte Schnelltastenfunktion, wo er irgendwelche Sätze ablassen kann. Keine Fatalität im Blue Team reportiert. Äh, er weiß nicht, wo ich hingehe. Das fällt sowas von überhaupt nicht auf, wenn man da hockt. Blue Team ist jetzt gewinnen. Der will mir seinen Account verkaufen. Ja, okay. Das, ähm... War wohl nichts. No Fatality in Blue Team reported. Ähm... Ja, ja. No Fatality for... Zwei Treffer. Ich hatte die noch erwischt. Okay, dann probiere ich es eben so. Hm, jetzt habe ich vier Treffer. Ah, da ist noch ein roter. Ach, Mann. Der hat einen zweiten Waffenslot freigelegt. Blue Team ist jetzt gewinnen. Hm, was machen wir da? Was machen wir denn da? Inhocken und zielen will ich mal. Yay. Ich habe ihn erwischt. Der King ist kaputt. Und zur Belohnung kriege ich jetzt hoffentlich mal... Wow. Hey. Blue Team ist jetzt gewinnen. Okay, anscheinend ist diese Karte doch beliebt. Aber die meisten benutzen das hier als Sniper-Karte. Verständlich. Bei diesen Ausblicken auf den Gegner. Der hat doch eine Christmas-Kranate. Wow. Blue Team ist jetzt gewinnen. Baby Wolf. Der King ist kaputt. Zwei Kombots. Metal Wolf. Oh, yeah. Eine Thompson. Die Thompson ist richtig cool. Ist auch eine recht alte Waffe. Nein, ach, Mann. Jetzt ist die Thompson weg. Schade. Schade, schade. Die Thompson ist eine coole Waffe. Gibt es auch in alten Spielen mit Mafia. Da war sie beliebt zu der Zeit, wo die hier Dings sind. Da muss ich auch nochmal ankündigen. Da kommt was. Mit 5 zu 8 bin ich hier der Boss. Äh, okay. Baby Wolf. Ich bin der King. Ah, schon wieder. Ähm, also da muss ich nochmal ankündigen. Da kommt noch was. Blue Team ist jetzt gewinnen. Ähm, und zwar genau gesagt Mafia 1, 2 und soweit ich gucken, äh, soweit ich kriege auch, äh, verflucht. Ähm, der Pate 1 und der Pate 2. Als Spiel natürlich, die Spielvariante, nicht der Film. Der Film wäre ja, könnte ich zwar auch hochladen, aber ich glaube, da würde ich ein bisschen Probleme bekommen mit GEMA und sonstigen, äh, Markenschutzeinrichtungen. Wie auch immer. Wo, da läuft einer. Hm. Was hat der denn für ein... Ist ja egal. Au. Hey. Das sind jetzt so böse Überraschungen hier. Und hierfür brauchen wir ein Snipergewehr. Jetzt weiß man auch, warum man die Sniperkarte, das hier so gerne als Sniperkarte nimmt. Wo haben die denn hingezielt? Blue Team ist jetzt gewinnt. Äh, ja, falls jetzt hier einer... Woa, nein. Verdammt, ich hab doch geschickt. Ich bin noch gesprungen, verflucht. Ich hab ihn doch auch oft genug getroffen. Also, was soll's. Ja, also da, da die Ankündigung, es gibt noch die nächsten, die nächsten Projekte sind schon geplant. Natürlich dann, wie eh und je, wenn ich das Retro... Wie ich das ja sonst auch immer hab. Mit meinen Spielen irgendwie. Da hab ich einen gesehen. Na, Moment. Wow. Nein. Puh. Ähm. Ja, den krieg ich dann eben jetzt. Okay, ich glaub, ich bin hier ein leicht... Die, das geht dann. Au. Die haben mich gesamt 13 Mal umgehauen, aber mit 10 ist einer da führend. Ich frag mich, was die für Probleme haben. Mit 10 Abschüssen, mit 11 Abschüssen in Führung liegen. Naja. Das nach... Ja. Naja, naja, naja. Kann man sich drüber streiten. Gut, dann setz ich den jetzt mal hier. Blu Team ist jetzt gewinnen. Hat nichts gebracht. So. Da sieht man... Ja, ich hatte ihn gehört irgendwie. Ich hätte ihn zuerst umhauen sollen. Dann hab ich nicht schnell genug geschaltet irgendwie. Hab ich manchmal. Den hätte ich auch noch gekriegt. Blu Team ist jetzt gewinnen. Ja, Geronimo. Hm, interessant war die Waffe nicht gerade. Ähm. Der wird damit rechnen, lass ich. Trifft mich aber nicht. Riesenvorteil für mich. Gut, mal sehen, wann demnächst seine Rübe hier aufhören kann. Woho. Woho. Der dicht, würde ich mal sagen. Team reverse the game score. Oh, shit. Woho. Team reverse the game score. Ja, okay. Ähm, das war natürlich jetzt glorreich daneben gegriffen. Da hätte ich irgendwas anderes gebraucht mit mehr Munition. Und höher hat Treffsicherheit mit einem Visier. Das zoomt, aber dann... Naja. Hey, da... Hatte ich rot gesehen. Äh, ist ja auch egal. Bevor die uns hier überfallen, gehe ich lieber mal hier oben lang. Weil da sind ja drei nach oben gelaufen. Oh, hier hat's einer erwischt. Ähm... Blue Team ist nicht gewinnen. Ah! Autsch. Verfluchte Hacke. Das mit dem II-Pad. Ha, 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 ha. Man erkennt die Andeutung so ganz leicht. Ah, 16 zu 6. Ich hab doch mal 10 Euro. Ja, ist du. Ich glaube, es sollte ja nicht mehr lang gehen. Blue Team ist jetzt gewinnen. Obwohl... Ich könnte mich natürlich auch noch hier hinhocken. Hier durchstarren und da auf die roten Punkte warten. Weil da laufen die vorbei. Das ist immer diese roten Punkte. Das ist irgendwie eine kleine Fehlkonstruktion. Ich hab zum Beispiel iPad erwischt, weil... Weil dem sein Arm... Die haben ja immer diese leuchtende Markierungen. Mal sehen, ob die es hier auch haben. Sieht nicht danach aus. Nein, aber die Gegner haben immer Markierungen am Arm. Farbliche Markierungen. Und meistens sieht man die da dran. Auch durch den Nebel. Das kann ich euch zeigen, wenn da einer kommt. Okay. Mal sehen. Scheint keiner irgendwie her zu wollen. Komm her. Wow. Und ihr hattet das besser als ein Jahr. 25 Sekunden. Nein, ich hatte ja nicht. Red Team ist nicht gewinnen. Ich hab' ja nicht gewinnen. Ich hab' ja nicht gewinnen. Und was ich mal versuchen kann, ist...